Ist Empfehlungsmarketing, Mundpropaganda tatsächlich ein Mittel der Wahl für klein- und mittelständische Betriebe? Zunächst mal, das Produkt muss sehr gut sein und sehr überzeugend sein und dann funktioniert Mundpropaganda. Wenn Sie irgendein Produkt haben, funktioniert das nicht. Also der erste Schritt ist, ein wirklich gutes Produkt auf den Markt zu bringen und darauf zu setzen, dass man das auch findet. Es gibt einen Menschen in den USA, Cez Godin, das ist so ein scharfer Marketingkritiker. Ich kenne seine Bücher und ich finde toll, dass es dort jemanden gibt, das fehlt ein bisschen in Deutschland. Und der sagt auf die Frage, wie viele Kunden brauche ich, um erfolgreich zu sein? Wenn ich Start-up mache, wenn ich anfange, niemand kennt mich, wie viele Kunden brauche ich, um erfolgreich zu sein? Seine Antwort, einen Kunden. Ein Kunde, ist das nicht verrückt? Doch, er sagt, wenn der Kunde begeistert ist, wenn Sie ein Produkt haben, das einen Kunden wirklich begeistert, sodass er als Botschafter rausläuft, er spricht von Evangelisten, Evangelists, dann können Sie das machen. Dann funktioniert Mundpropaganda. Aber wenn Sie ein schlechtes Produkt haben, wird niemand sagen, sei denn mit irgendeiner Prämie oder so. Da kriegen Sie einen Wecker, wenn Sie den Kunden werben. Ich nenne das Judas-Lohn. Das ist nicht der richtige Weg. Also ich finde das schrecklich. Ich wundere mich, wer solches Marketing betreibt, dass ich denn meinen Freund überrede, irgendetwas zu kaufen und was in der Regel viel zu teuer ist gegenüber den Produktionskosten. Und dann kriege ich einen Wecker. Der Wecker zeigt ja, dass in der Marsche zwischen Herstellungskosten und Verkaufspreis eine Menge drin ist. Also dieses, ich verheize meine Freundschaft, ich benutze meine Freundschaft, also im negativen Sinne, benutze meine Freundschaft, um einem anderen einen Verkaufsvorteil zu verschaffen und werde dafür belohnt. Das ist für mich Judas-Lohn.